Heute besuche ich den Modesten Susan Pieper in Nienstedt. Hallo Emily, schön, dass du da bist. Du wolltest mir doch heute zeigen, wie wir einen Hut machen. Ja, komm mal mit, zeige ich dir. Und die ganzen Hüte, hast du alle selber gemacht? Ja, ich bin Hutmacherin, die habe ich alle selber gemacht. Möchtest du mal welche aufprobieren? Oh ja. Du hast ein schwarzes Kleid an. Dann setze ich dir gleich mal den auf. Aber Kinderhüte sind das ja nicht. Nein, ich mache Damenhüte, aber auf Anfrage auch Kinderhüte. Musik. 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 Machst du alle deine Hüte eigentlich selber? Ja, ich bin ja Hutmacherin und ich fertige alle Hüte individuell an. Du wolltest mir doch in der Werkstatt zeigen, wie man einen Hut macht. Ja, das ist eine gute Idee. Komm mal mit, ich zeig dir, wie das geht. Musik Sehr gut, schön, sieht gut aus. Musik Ich habe noch eine Überraschung für dich. Ich habe dir einen Hut gemacht. Wow, das sieht ja gut aus. Blumen, passend zu deinem schönen Mantel. Und der passt. So sieht der von hinten aus. Tschüss. Tschüss, Emily, und danke für dein Besuch. Musik Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020